Sprachenlernen mit Fotoga Ohne Punschmann As-As-A-Nation-Classroom Mijero Akademia Seilaumond Jan der Kamikaze-Dip Digimon Schwortart Online Beyblade Ghibli Churros Reise ins Sauberland Mein Nachbar Toto Prinzessin Mononokel Poncho Poncho Porcho Rosso Und einfach nochmal vielen, vielen Dank, dass du dir das Video bis zum Ende angeschaut hast. Wenn es dir gefallen hat, lass doch ein Like da oder ein Abo da. Ansonsten bin ich mittwochs, freitags und sonntags auf Twitch zu finden. Ab 18 Uhr. Also ich würde mich sehr freuen, wenn ihr vorbeischauen würdet. Und bis zum nächsten Mal. Ciao.